moin moin und servus freunde was läuft was läuft so wir haben ein smart in smart 453 hier die neuere modelle und hier geht es darum dass wir ein problem haben und zwar bei diesem modell ist immer so öfters oder eine krankheit seht ihr hier die bremse also bremstrommel hier von außen durch sich flugrost anbindet oder feste was machen wir da machen wir damit dampfstrahler sauber oder machen wir da irgendwie mit einer bürste sauber so dass wir den glanz wieder herkriegen aber das wird dann auch nicht mehr lange dauern habe ich mir gedacht bis sich da wieder flugrost ansetzt von daher bin ich auf den entschluss gekommen dass wir so hier vom folie tag soll jetzt keine werbung sein aber ich habe dafür mit folie tag sehr gute erfahrungen gemacht dass wir die bremstrommel und vorne die bremstattel lackieren werden in welche farbe sage ich euch noch nicht das zeige ich euch später und dann sage ich euch auch warum ich diese farbe genommen habe ansonsten fange ich mal jetzt an können wir dabei zuschauen und bis gleich so freunde da bin ich wieder und zwar ein kleines mini problem wie ihr sehen könnt seht ihr bremsbelag ist kaum noch was da das heißt wenn ich jetzt hier anspray alles gut lackieren kein problem aber dann muss der kunden 1 1 monat wieder herkommen und die bremsbeläge tauschen das heißt um die bremsbeläge zu tauschen muss hier die klammer ab und das könnte halt den lack beschädigen deswegen rufe ich jetzt erst mal den kunden an und sagt hey digi pass auf so und so sieht's aus dass uns das lass uns die bremsbeläge tauschen und dann lackieren und dann hast du wieder für zwei drei jahre ruhe und das sieht auch sauber aus ich muss das erstmal abklären habe ich gar nicht drauf geachtet aber so ist das manchmal im leben so bis gleich ich halte euch auf dem laufenden so freunde weiter geht's im text und zwar neue bremscheibe und klötze wurden verbaut original natürlich hier sind die alten was mache ich jetzt und zwar geht es darum dass wir den bremssattel sauber machen und reinigen das mache ich meistens damit akkubohrer und schleifbürste mäßig erste schicht da mache ich die sauber dann nehme ich so etwas feineres mache ich das mit dem bremsenreiniger auch noch mal sauber dann klebe ich das alles schön sauber ab so dass wir keine falschen sachen lackieren und dann könnt ihr mir eigentlich schon dabei zusehen wie wir anfangen zu lackieren ich mache jetzt erstmal sauber das ist glaube ich nicht so spannend für euch und bis gleich so ganz wichtig die erste schicht wir waren drei schichten die erste schicht minimal auftragen ganz ganz wenig und danach trocknen lassen und dann die zweite schicht paar minuten trocknen lassen und dann am ende die final schicht und wir sehen uns dann gleich wieder wenn ich fertig bin was geht ab und zwar sind wir jetzt fertig so sieht das ganze aus ja ihr könnt richtig viel sehen ich weiß ist okay so wir haben extra die farbe oder bewusst die farbe schwarz genommen warum weil das auto hier grau foliert ist mit schwarzen akzenten der spiegelkappen und hier das seitenteil haben wir gesagt kommt wir machen schwarz weil rot ist weiß nicht ausgelutscht haben sehr viele haben gesagt wir machen was dezentes was nicht jeden auffällt haben wir schwarz haben wir schwarz genommen so ich nehme mal die kamera so sieht schon fresh aus das lassen wir jetzt erstmal trocknen und hier hinten genauso ich lasse das jetzt trocknen dann fahr ich das auto raus und dann gucken wir das noch mal unter dem tageslicht und der kunde wird sich auf jeden fall freuen ganz ehrlich bevor es zu rostig und scheiße aus sieht so halb silber halb rost sieht das so jetzt dezent aus und sauber ich finde es geil kann man machen warum nicht und ihr seht jetzt von außen so freunde sieht das so aus tageslicht ja das war's in diesem video ich wünsche euch einen schönen angenehmen tag noch und bis zum nächsten mal tschau